Bei der Geburt getrennt? Samu habe als Mark Forster Twin Mark, bist du's? Jury-Neuling Mark Forster, 33, hat bei der diesjährigen Staffel The Voice of Germany nicht nur als Koch überzeugt, sondern sich auch die Rolle des Showclubs gesichert. Mit seinen lustigen Sprüchen und manchmal etwas fiesen Witzen brachte er das Publikum oft zum Lachen. Auch auf Sozial-Media ist der Sänger für jeden Joke zu haben und beweist jetzt mit einem Foto, er und Jury-Kollegen Samu Haber, 41, könnten glatt Zwillinge sein. Auf Instagram veröffentlichte der Chöresänger vor dem Finale am Sonntag ein Foto von dem Sohn Riese Avenue Frontmann mit der typischen Forster Cup und Brille. Den Schnappschuss betitelte er mit, schnelles Selfie in der Maske. Freue mich aufs Finale! Damit sorgte mal wieder für ordentliche Lacher, aber auch für Verblüffung, sieht echt mega identisch aus oder Samu könnte als Double durchgehen, lauten einige Kommentare unter dem Insta-Big. Ein spezieller Unterschied schien den eingefleischten Mark-Anhängern aber direkt ins Auge zu fallen, man sieht sofort, dass du es nicht bist, der Hunde-Blick fehlt. Ob Twins oder nicht die beiden Quatschköpfe sind jedenfalls richtig dicke Freunde geworden. Im Oktober gab es von dem 33-Jährigen bereits eine Liebeserklärung an den Finnen, ich verstehe ihn meistens nicht, weil er kommt ja aus Finnland. Abseits der Sprachbarriere bedarf es keiner Worte. Und ich verstehe ihn uns sehr gut. Abseits der Sprache Abseits der Sprache